Hallo und willkommen zurück zu MindMeister. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die MeisterTask-Integration in MindMeister nutzen können. Mit dieser Integration können Sie sowohl neue als auch bestehende Aufgaben in MeisterTask erstellen und zuweisen. Ich habe bereits MindMeister und eine Mindmap, an der ich gerade arbeite, geöffnet. Diese Mindmap zeigt meinen Projektplan. Und ich habe einige Aufgaben, die ich zu MeisterTask verschieben möchte. Auf die neue MeisterTask-Integration können Sie über die Toolbar zugreifen. Um Aufgaben in MeisterTask zu erstellen, müssen Sie sich zunächst bei Ihrem MeisterTask-Konto anmelden. Wenn Sie noch kein Konto haben, wählen Sie Verbinden und ein Konto wird für Sie erstellt. Navigieren wir zurück zu unserer Mindmap. Jetzt, wo wir uns mit MeisterTask verbunden haben, können wir Aufgaben bestimmten Projekten, Spalten und Mitarbeitern zuweisen. Wählen Sie dazu ein bestehendes oder neues Projekt aus. Ich werde das in MeisterTask erstellte Standardprojekt verwenden. Sobald Sie ein Projekt ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, die entsprechende Spalte auszuwählen. Für diese Aufgabe werde ich Offen wählen. Von diesem Fenster aus können Sie eine Vielzahl von Aktionen durchführen, ohne Mindmeister zu verlassen. Den Titel bearbeiten, eine Beschreibung hinzufügen, ein Fälligkeitsdatum hinzufügen, die Aufgabe sich selbst oder einem Kollegen zuweisen, die Aufgabe in ein Projekt verschieben. Sobald Sie Ihre Aufgabe erstellt haben, erscheint ein kleines Häkchen neben dem Element. Wenn Sie darauf klicken, können Sie die Aufgabe erneut anzeigen und bearbeiten. Sie können die Aufgabe auch aus Ihrer Mindmap heraus abschließen, wieder öffnen, archivieren und löschen. Wenn Sie die Aufgabe in MeisterTask behalten, aber Ihre Verbindung zur Mindmap löschen möchten, wählen Sie Verknüpfung aufheben. Sobald Sie die Aufgabe in Mindmeister zugewiesen haben, können Sie hier klicken, um die Aufgabe in MeisterTask zu sehen. Dadurch wird ein neuer Tab in Ihrem Browser geöffnet. Hier können Sie auch Checklisten hinzufügen, Anhänge hochladen und mit anderen Mitarbeitern kommunizieren. Wenn Sie den Aufgabendialog schließen, sehen Sie die neue Aufgabe in der Spalte offen Ihres MeisterTask-Projekts. Wenn Sie den Aufgabeninhaber, die Beschreibung, das Fälligkeitsdatum oder die Spalte in MeisterTask ändern, werden diese Änderungen in Ihrer Mindmap wiedergegeben. Mit der MeisterTask-Integration in Mindmeister ist die Umsetzung von Projektplänen jetzt noch einfacher.